Es ist mittlerweile schon sehr lange sehr ruhig um Ghost Recon Breakpoint geworden und die Frage, ob da noch irgendwas kommt, wird mittlerweile immer lauter. Auch ich bekomme es immer wieder in den Streams gestellt, ob ich da irgendwie was weiß, ob noch Updates kommen, ob noch irgendetwas kommt zu Ghost Recon Breakpoint, aber genaues weiß ich auch nicht. Deshalb habe ich mir gedacht, spekulieren wir dieses Mal ein bisschen mit den Dingen, die wir schon wissen und den Dingen, die da eben vielleicht logischerweise kommen könnten, was denn nun noch in der Welt von Breakpoint so passieren könnte. Das letzte große Update war ja das Update, in dem wir die KI-Kameraden bekommen haben und seitdem ist eigentlich nicht mehr wirklich viel passiert. Wenn wir uns nun mal die Jahr 1 Roadmap zur Hand nehmen und uns da nochmal anschauen, was dort angekündigt wurde, dann sieht man, dass wir aktuell ja eigentlich noch in der Episode 2 sind, nämlich in der Deep State Episode. Diese sollte laufen von Februar bis Mai und läuft nun immer noch. Von Juni bis September sollte eigentlich schon die Episode 3 mit dem DLC Transcendence laufen. Nun wissen wir ja, dieses Jahr ist ja eh ein wenig verrückter als andere Jahre. Durch Corona und Co. wurden viele Dinge einfach verschoben und auch generell durch die doch nicht so ganz optimale Entwicklung der Ghost Recon Serie gab es dort eben auch einige Änderungen und einige Verschiebungen. Eine Sache, die mittlerweile ja klar ist, ist, dass es eben keinen neuen Raid mehr geben wird. Das sieht man hier in Episode 3. Da war eigentlich noch ein neuer Raid angekündigt. Als man dann eben von Seiten Ubisofts gemerkt hat, dass Ghost Recon als Loot-Shooter vielleicht nicht die allerbeste Idee war, hat man eben den zweiten Raid nun mittlerweile gecancelt. Dafür gab es einige andere Updates, die eben in dieser Roadmap hier gar nicht aufgeführt sind. Zum einen eben den immersiven Modus, der so vorher nicht angekündigt war, der ja aber durchaus eine sinnvolle Erweiterung ist. Und eben auch das Update mit den KI-Kameraden, von dem ich persönlich eigentlich gedacht habe, dass man das eben in Episode 3 inkludiert, so wie man den immersiven Modus ja auch sozusagen mit dem Release von Episode 2, also mit Deep State gebracht hat. Davon ausgehend, wenn man sich jetzt die Roadmap nochmal anschaut und eben da sieht, dass eigentlich im Juni Episode 3 erscheinen sollte, zu dem Zeitpunkt ungefähr hatten wir nun das KI-Update, gehe ich ganz stark davon aus, dass man Episode 3 nun im September bringen wird. Wenn man jetzt quasi das KI-Update sozusagen als Episode 2,5 sieht, dann würde das noch in diesen Roadmap-Plan reinpassen. Also gehe ich davon aus, dass Mitte, Ende September dann eben Episode 3 und der DLC Transcendence erscheint. Den neuen Raid müssen wir uns bei Transcendence wegdenken, der Rest wird, glaube ich, bleiben. Also ein neues Special-Event wird es geben, es wird Ghost-War-Updates geben, es wird eine neue Klasse geben und eben neue Fraktionsmissionen. Nur wie gesagt, der Raid wird eben entfallen. Ich vermute auch, dass man mit Transcendence wieder einen kleinen Gastauftritt einer anderen Ubisoft-Serie bringen wird, ähnlich wie bei Deep State. Da war ja nun Sam Fischer der Gastauftritt. Ich könnte mir vorstellen, dass man bei Transcendence vielleicht nochmal wieder Future Soldier oder sowas mit reinbringt. Das halte ich nicht für ganz abwegig, aber wie gesagt, ist auch Spekulation. Wenn man sich aber mal anschaut, wie das Ganze bei Wildlands lief, da gab es ja diese Events, wo wir auch eben viele Gastauftritte hatten, von den Rainbows zum Beispiel und eben auch vom Future Soldier. Fände ich schon naheliegend, wenn wir im ersten DLC eben Sam Fischer hatten, dass wir im zweiten DLC nun eben einen anderen Gastauftritt haben. Und der zweite DLC, der wird mit Sicherheit kommen, weil der ist ja nun auch eben im Jahrespass inkludiert. Und von daher wäre es schon ein Abfuck, wenn man das Ding weglassen würde. Also von daher meine Vermutung Episode 3 Mitte, Ende September. Und meine weitere Vermutung ist dann eben auch, dass man noch ein Jahr 2 bringen wird, weil der erste Jahrespass oder das sieht man hier ja auch auf der Roadmap, es ist die Jahr 1 Roadmap. Also gehe ich davon aus, dass man mit einem Jahr 2 eh schon geplant hat. Und wie gesagt, durch die ganzen Änderungen, die das Spiel erfahren hat, könnte man somit auch ganz schlau nochmal sowas wie eine Gold Edition oder eine definitive Edition rausbringen, wenn das Jahr 1 komplett ist. Damit wird man natürlich noch ein bisschen Geld in die Kassen spülen, wenn man eben sagt, okay, wir haben hier jetzt quasi das komplette Erlebnis, weil so kommt es einem ja fast vor, dass eigentlich Breakpoint jetzt erst so richtig fertig ist mit den KI-Kameraden, mit dem immersiven Modus und so weiter. Also könnte man da eben ein schönes Paket schnüren, was weiß ich, das Teil denn vielleicht sogar vergünstigt für einen Dreisen verkaufen und sagen, hier, das ist jetzt die definitive Edition. Und außerdem bringen wir noch ein Jahr 2. Also das ist meine klare Vermutung zu Breakpoint. Da wird jetzt noch kein neuer Teil kommen. Ich denke mal, man wird versuchen, da noch so ein bisschen das Spiel abzumelgen. Vielleicht gibt es ja jetzt auch auf der aktuell laufenden Gamescom noch irgendwelche News zum Spiel. Das muss man sehen. Ich könnte mir vorstellen, dass Ubisoft da vielleicht noch Episode 3 vorstellt. Ähm, aber das werden wir ja jetzt in den nächsten Tagen dann live erleben. Was ist eure Meinung? Kommt noch ein Jahr 2? Kommt Episode 3 noch? Oder ist alles vorbei? Schreibt mir das gerne in die Kommentare an. Ansonsten gilt natürlich wie immer, wenn euch das Video ein bisschen gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen da. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert einfach diesen YouTube-Kanal, um auch in Zukunft mit allem zu jeglichen Games versorgt zu sein. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Reingehauen! Outro 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 Outro